Da gibt es zwei Tiere. Da ist das nächste Tier. Das ist einmal Bruder und Schwester. Gestern war auch ein Jorki-Tag mit vier Tieren. Ja, und unser Terrorist mussten wir leider wegsperren, wegen größerem Ärger, Theater. So, der Kunde möchte gerne am Rücken bis zum Äquator das Tier kurz haben. Ab dem Äquator nach unten darf der Hund dann etwas länger sein. Die Beine sollen buschig werden. Der Kopf soll mehr nach einem Babyfest kommen. Und unser Milos wird das Paar Exelos natürlich tun. Kunde und Doc ist happy. Und der Milos natürlich auch, weil das Tier das steht. Obwohl der Besitzer gesagt hat, dass er der Terrorist wäre von den beiden hier. Der andere, dass er ein ganz lieber, ruhiger und dieser Terrorist hier soll an Epilepsie leiden. Das kann sein, dass er mal umfällt. Da wurden wir schon ein bisschen vorgewarmt. Aber ja, das werden wir auch in den Griff bekommen. Wir schneiden unsere Tiere alle mit der Schere, weil die Tiere das mögen. Die Besitzer mögen das auch. Wir sind einer der wenigen Betriebe, die das nur mit der Schere machen. Dafür kostet das natürlich auch etwas mehr Geld. Aber der Besitzer will das haben. Und wir machen das natürlich, was der Besitzer möchte. Ja, und wie jeder sein kann, ist jeder zufrieden. Das ist das Wichtigste hier bei uns bei Apollo. Und dann wollen wir später nochmal das Ergebnis sehen. Bis dann. Auf Wiedersehen.